Thema der Senkrechtstarter-Raumfahrt-News heute Chinas Shenzhou-14 erreicht Raumstation SpaceX schubst Satelliten erfolgreich in Richtung Geo ULA und ESA setzen auf nicht wiederverwendbare Feststofftriebwerke James Webb wurde von mehreren Mikrometeoriten getroffen Der SpaceX-Dragon bleibt vorerst am Boden wegen Problemen mit Antrieb und Hitzeschild Elon Musk teilt SpaceX-interne Präsentationen und Fotos von Starship-Raptoren Nächste Woche könnte Südkorea mit einem erfolgreichen Start seiner Nuri-Rakete zur Raumfahrt-Nation aufsteigen Und SpaceX startet ein Radarsatelliten für die Bundeswehr Herzlich willkommen zu den Senkrechtstarter-Raumfahrt-News Ich bin Mo und mit Senkrechtstarter kannst du ganz nah an den neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt sein Kleiner Spoiler, die Zukunft der Raumfahrt wird unglaublich Wir stehen kurz davor, die nächsten großen Sprünge für die Menschheit zu unternehmen Wenn du da ganz nah dran sein möchtest, bist du auf Senkrechtstarter genau richtig Also abonnieren und unserem Apollo-Moment entgegenfiebern Lass uns für den Anfang schauen, was die vergangene Woche in der Raumfahrt abging In China ist am frühen Sonntagmorgen, den 5. Juni, um 4.44 Uhr MES-Z eine langer Marsch 2F mit der bemannten Shenzhou-14-Mission zur chinesischen Tiangong-Raumstützung aufgebrochen An Bord die Taikonauten Chengdong, Liu Yang und Jai-Xu-Tze Für Commander Chengdong und Liu Yang ist es bereits der zweite Flug ins Saal Liu Yang war mit Shenzhou-9 übrigens die erste Chinesin im All Für Chai-Xu-He ist es der erste Flug ins Saal Das Raumschiff Shenzhou-14 war vom Jinkuan Satelliten-Launch-Center im Nordwesten Chinas gestartet worden Nachdem das Raumschiff erfolgreich an die Raumstation angedockt hatte, betrat die Besatzung das Kernmodul Tianhe Sie werden sechs Monate lang in der Umlaufbahn bleiben und mit der Montage der beiden Forschungsmodule Wen Tian und Men Tian den Bau der Raumstation abschließen Am Mittwochabend um 23.04 MESZ hat SpaceX mit einer Falcon 9 den Satelliten Niles Z301 gestartet Besonders nach all den Starts in einen niedrigen Orbit war das Niles Z301 als geostationäre Mission eine willkommene Abwechslung für die Sankrechtsstarter-Community Wir waren über 800 Leute, als die Falcon 9 den Satelliten auf seinen Kurs Richtung Geo geschubst hat Für Booster B10-627 war es der siebte Flug Und auch seine Wiederlandung, die weiteste, die SpaceX je unternommen hat, ist geglückt Man wird ja fast müde, das zu sagen, aber auch das war ein neuer Rekord mit 49 erfolgreichen Landungen, einer nach der anderen Bei der Orbit-Einstauerung war es kurz noch etwas spannend, da es keine Verbindung zu der Bodenstation gab Und die Animation so aussah, als würde die zweite Stufe mit dem Satelliten im niedrigen Erdorbit festhängen Aber nachdem wieder Verbindung zur zweiten Stufe bestand, löste sich alle Sorgen in Wohlgefallen auf Niles Z301 wog beim Start etwa 4100 Kilogramm Ausgesetzt wurde der Satellit auf einen supersynchronen Erdorbit Aus diesem Initialorbit mit einem Apogeum leicht über dem Geo Kann Niles Z301 seinen Zielorbit eigenständig mit seinen hypergolen Antrieben erreichen Ich hatte ja schon über den Mega-Raketen-Deal von Amazon berichtet Die Buchung von Kuiper Internet-Satelliten-Starts hat der Ariane Group, ULA und Blue Origin Rekordbuchungen an Flügen eingebracht Ja, diese Bestellung hat nun auch für Rekordbestellungen bei den Zulieferern gesorgt Neben den RL10-Oberstufentriebwerken hat ULA nun auch Feststoffbooster für die Vulcan bestellt Northrop Grumman wird ULA mit GEM 63 und GEM 63 XL versorgen Die GEM 63 XL sind die längsten Einzelsegment-Feststoffbooster, die je produziert wurden Und sorgen für die extra Portion Wumms beim Start Der GEM 63 Feststoffbooster absolvierte seinen Erstflug im November 2020 Und mit 13 GEM 63 Boostern wurden 4 Atlas 5 Starts geboostet Der neue GEM 63 XL Booster soll später in diesem Jahr die Vulcan Centaur Rakete von ULA unterstützen Wobei ich ja eher davon ausgehe, dass Vulcan erst 2023 fliegen wird Noch eine Rakete, die viel zu spät ist und auch zu unserem Thema Feststoffraketen passt Und dazu noch eine europäische Rakete Der Start der ersten WGC steht endlich fest Die europäische Weltraumorganisation ESA hat den 7. Juli für den Start der neuen WGC-Rakete festgelegt Der Start ist aktuell für 13.13 MESZ vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guiana geplant Das ist ja nicht so schlecht für uns Mitteleuropäer zeitlich Sollte es einen Livestream geben, werde ich mir das auf alle Fälle live anschauen Die 35 Meter hohe Feststoffrakete mit Hypergola-Oberstufe kann 2,2 Tonnen in einen 700 Kilometer hohen polaren Orbit befördern Die WGC ersetzt ihren Vorgänger, die hauptsächlich durch ihre überdurchschnittlich vielen Fehlstarts von sich reden gemacht hat Bei 7 Starts seit 2019 kam es zu 2 Fehlstarts Grundidee der WGC, die jetzt zum ersten Mal fliegen soll, war bei gleichen Kosten der Vega grob 50% mehr Leistung bereitzustellen Henry Parsons schreibt auf European Space Flight 37 Millionen Dollar pro Start soll die Rakete kosten Kommen wir zu der Hauptnews und dem reißerischen Aufmacher der Folge Ja, das ist tatsächlich passiert Zwischen dem 23. und 25. Mai wurde laut einem NASA-Blogpost eines der 18 Hauptspiegelsegmente von James Webb von einem Mikrometeoriten getroffen Das war auch nicht das erste Mal in seiner noch jungen Lebensdauer Was die NASA aber überrascht hat, war die Größe des Projektils Während einer der vielen Gründe, warum James Webb am L2 Lagrange-Sprung kreist, das Vermeiden von Beschuss durch Weltraumschrott ist können Partikel aus den Tiefen unseres Sonnensystems das Teleskop ungehindert treffen Und so wurde das auch bei seiner Auslegung berücksichtigt Laut NASA wurde Webb seit dem Start von vier kleineren, messbaren Mikrometeoriten-Einschlägen getroffen Die entsprechen von ihrer Heftigkeit her den Erwartungen Der Einschlag Ende Mai hingegen war deutlich größer oder heftiger, als die NASA-Modelle vorhergesagt hatten Im Prinzip geht es da ja um Statistik, da können natürlich Ausreißer einem ganz schön den Tag versauen Kurz aus meinem früheren Berufsleben, ich habe mal in der Offshore-Windkraftindustrie gearbeitet Da legt man Fundamente von solchen Anlagen auf 100-Jahres-Wellen aus Und ich weiß, dass bei einem Plattform-Fundament im ersten Winter direkt mehrere 100-Jahres-Wellen durchgerauscht sind Weswegen man dann die Definition angepasst hat Aber ich schweife ab, wie schlimm war es denn jetzt für James Webb? Ja, laut NASA ist der Schaden in Messungen wahrnehmbar, aber trotzdem würde das Observatorium noch weiter über den Erwartungen liegen Weiter soll es voll und ganz in der Lage sein, die wissenschaftlichen Daten zu liefern, für die es ausgelegt wurde Der Hauptspiegel von Webb wurde so dimensioniert, dass er auch nach Jahren kleiner Einschläge Die für die wissenschaftliche Arbeit erforderliche Reflexionsfläche und Qualität aufweist Auch die fünf Sonnenschutzschilder sind unter anderem deshalb in mehreren Lagen angeordnet Weil sie mehr als die erwarteten kleinen Löcher und sogar einige Risse vertragen und trotzdem funktionieren Bisschen kritischer ist es mit den wissenschaftlichen Instrumenten Klar, wenn so ein Sensor einen Einschlag abbekommt, dann ist der kapott Darum sind fast alle empfindlichen Komponenten durch eine Mikrometeoritenpanzerung geschützt Ist ganz spannend, wie solche Schilde funktionieren Die dafür sorgen, dass die enorme Energie, mit der solche Geschosse einschlagen, schnellstmöglich abgebaut wird Bevor kritische Teile getroffen werden können Was sind die kritischsten Teile, die da oben so rumfliegen? Genau, Astronauten Darum sind Mikrometeoriten-Schilde ein essentieller Bestandteil von Raumfahrzeugen Und auch die ISS hat spezielle Schutzschilde dafür Wenn euch das Thema mehr interessiert, dann schreibt mir gerne unter dem Video Apropos schreibt mir Ich brauche deine Hilfe Ich betreibe Senkrechtstarter seit einem Jahr in Selbstständigkeit und komme an meine Grenzen Zwar ist der Kanal noch klein, aber ich glaube, es ist nun der richtige Zeitpunkt, erste Arbeiten auszulagern Wenn unser Apollo-Moment kommt und das Thema Raumfahrt so richtig durch die Decke geht Soll Senkrechtstarter bereit sein, die vielen neuen Raumfahrt begeisterten Menschen mit spannendem und gut gemachtem Content zu versorgen Wenn du dir zutraust, Senkrechtstarter besser zu schneiden, als ich das Auto didaktisch seit nun fast drei Jahren mache und mithelfen magst, unseren Kanal noch professioneller aussehen zu lassen bekommst du jetzt die Möglichkeit, der erste bezahlte Senkrechtstarter-Mitarbeiter zu werden Schick mir gerne Mail an mo.senkrechtstarter.gmail.com Ich hätte von dir gerne ein paar Arbeitsproben und erzähle mir etwas von dir Unter anderem, wie du zum Thema Raumfahrt gekommen bist, was deine liebsten Kanäle auf YouTube sind und was wir von ihnen vielleicht für Senkrechtstarter lernen könnten Wäre cool, wenn du bereits gut mit Adobe Premiere arbeiten kannst und pro Woche einen Tag dafür Zeit hättest Wann, wie und von wo du arbeitest, das kannst du dir aber völlig frei einteilen Ich freue mich sehr auf deine Mail und hoffentlich bald auf den Senkrechtcutter SpaceX hat Probleme Was haben wir uns das Maul zerrissen über die Probleme bei Boeing Starliner und seinem hypergolen Antriebssystem Ich hatte letzte Woche noch den Start von CRS25, dem 25. Versorgungshof von SpaceX, für den 7. Juni angekündigt Ja, Pustekuchen, der Start wird mindestens um zwei Wochen verschoben Während der Betankung mit Monomythylhydrazin wurde in der Nähe eines der Draco-Triebwerke eine erhöhte Konzentration an Monomythylhydrazin gemessen Der Betankungsvorgang wurde abgebrochen und Treibstoff sowie Oxidator wieder enttankt NASA und SpaceX werden nun zusammen die Ursache der erhöhten Messwerte suchen Am Startabbruchsystem kann es aber nicht liegen Cargodeck 2, wie die von dem Fehler betroffene Baunummer C208, haben im Gegensatz zu Crewdeck keine Superdracos Das Treibstoffproblem ist im Dragon-Programm das zweite Problem, das zuletzt öffentlich wurde Crew Dragon Kapsel Endurance hat einen Abnahmetest seines Hitzeschilds nicht bestanden Genau, das war der Crew Dragon, den Matthias Maurer zurück zur Erde geritten hat Man kann über Twitter sagen, was man will Aber wenn man Bock auf SpaceX News hat, dann ist es schon eine gute Idee, dem Milliardär mit dem E im Namen zu folgen Elon Musk hat seine intern gehaltene Präsentation geteilt Darin wurden viele der aktuellen Rekorde und Errungenschaften von SpaceX gefeiert, aber auch aktuelle Meilensteine geteilt Letzte Woche in den News hatte ich ja noch über den PET-Starling-Spender spekuliert Jetzt gibt es die erste SpaceX-eigene Animation, die vermutlich auch das Aussehen der neuen Starlink 2.0-Satelliten enthüllt Wie letzte Woche berichtet, sind die Dinger 7 Meter lang und etwa 1250 Kilogramm schwer Was auffällt, ist das Auseinanderdriffen nach dem Auswurf Vielleicht sorgt er für ein Federsystem Für alle, die auf einen baldigen Starlink-Börsengang gehofft hatten Um wie bei Tesla ganz früh mit dabei zu sein, kam die Woche übrigens von Elon Musk ein Dämpfer Er denke, einen öffentlichen Börsengang von Starlink, den sieht er in drei oder fünf Jahren Macht vielleicht auch Sinn, wenn es aktuell noch keine Rakete gibt, die Starlink 2.0 starten kann Denn starten können diese Monster definitiv nur mit dem Starship Und von diesem voll wiederverwendbaren System, die mit Abstand größte und leistungsfähigste Rakete aller Zeiten Wenn einsatzbereit, will SpaceX in den nächsten Jahren 1000 Stück produzieren Wie Felix von Whataboutit mit Sicherheit treffend analysiert, muss jemand, der eine Elektroautoproduktion aufbauen kann Sich vor diesen Stückzahlen bestimmt nicht fürchten Welche Ausmaße die neuen Starship-Fabriken in Texas und neuerdings auch in Florida haben sollen, konnte man an den Renderings abschätzen Aber bevor in Masse produziert wird, sollte das System funktionieren Und auch hier hat Elon Musk uns mit neuem Stoff auf Twitter versorgt Samstagmorgen ganz frisch kam ein Bild, das alle 33 Stück von Raptor 2 unter Starship Booster 7 montiert zeigt Neben den sehr aufgeräumten Triebwerken fällt der teilweise montierte Hitzeschutz ins Auge Bei 33 Raptor Triebwerken mit jeweils 230 Tonnen Schub ist klar, dass dieses System beim Start einem enormen Hitzestau unter der Raketenbasis ausgesetzt sein wird Das Fachwort hierfür heißt Base Heating Aber auch beim Wiedereintritt des 69 Meter hohen und über 200 Tonnen schweren Boosters ist es bestimmt clever, die Triebwerke zu schützen Kennen wir auch schon von der Falcon 9 Wie uns die Whataboutit Kameras verraten, trudeln immer mehr Tanklast in der Starbase in Boca Chica ein Wer dazu mehr erfahren möchte, dem kann ich nur wärmstens die neue Whataboutit Folge empfehlen Es geht offenbar tatsächlich auf Feuertests zu Auch hier gibt Elon Musk Insights, so sollen die Triebwerke Stück für Stück eins nach dem anderen getestet werden Also vermutlich bei jedem Test ein Triebwerk zusätzlich Also wahrscheinlich 33 Tests Wobei wir bestimmt nicht davon ausgehen sollten, dass direkt alle Tests auf Anhieb klappen Passenderweise verdichten sich die Anzeichen dafür, dass wir nächste Woche tatsächlich den Bericht der FAA bekommen werden Und es auf eine finale Entscheidung zulaufen könnte, ob SpaceX überhaupt von Boca Chica mit seinem Starship starten darf Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass es tatsächlich diese Woche auf eine Entscheidung zulaufen wird Ich weiß, ich bin schon ein ganz schöner SpaceX-Fanboy Aber ich denke niemand, der ernsthaft an der Zukunft der Raumfahrt interessiert ist Darf bei den Aussichten, die SpaceX mit dem Starship-Programm eröffnet, völlig gegen SpaceX sein Wenn das Starship-Programm ein Erfolg wird, wird vieles, was bisher Science-Fiction war, schon bald Wirklichkeit Raumfahrt war bisher mühsam und langwierig, weil die Startsysteme teuer und gefährlich waren Wenn Raumfahrt aber zuverlässig, günstig und schnell wird, werden Dinge möglich und bezahlbar, die bisher unvorstellbar waren Unser Apollo-Moment wird noch nicht nächste Woche kommen, aber er liegt in der Luft Was du aber schon nächste Woche verfolgen kannst, das sind die Starts der kommenden Woche Wenn die News am Sonntag erscheinen, steht Astra mit ihrer Rocket 3.3 kurz vor ihrem nächsten Start In der Community als Powerslider bekannt, der abgefahrenste Start, den ich je erlebt habe will Astra nun in den regulären Flugbetrieb wechseln und für die NASA in kurzer Folge drei Kleinstathleten zur Sturmbeobachtung starten Mit insgesamt drei Tropics Starts soll eine Beobachtung von Stürmen aus dem niedrigen Erdorbit mit einer sehr niedrigen Wiederbeobachtungsrate erfolgen Wofür aber alle drei Missionen erfolgreich in den Orbit gebracht werden müssen Der erste Start dieses Vorabends ist Tropics 1, am Sonntag den 12. Juni um 18 Uhr MESZ Klar, werde ich live streamen, gestartet wird von Cape Canaveral, Florida Noch ein Start, der hier auch senkreis Start als Fehlstart Berühmtheit erlangt hat Südkorea startet zum zweiten Mal seine selbstentwickelte Nuri-Rakete Die dreistufige Carolox-Rakete soll auf ihrem zweiten Flug 1500 Kilogramm in einen niedrigen Erdorbit bringen Wenn ihr das gelingt, würde Südkorea nach dem Fehlstart im letzten Oktober die siebte Nation werden, der das mit einer eigens entwickelten Rakete gelungen ist Start ist geplant für Mittwoch den 15. Juni um 8 Uhr morgens MESZ Da habe ich Baby-Dienst, also wahrscheinlich werde ich das nicht streamen Am Donnerstag den 16. Juni können wir aber wieder zusammen einen Start schauen Und in SpaceX erneut eine Ladung Starlink-Internetsathleten auf einen niedrigen Erdorbit schiebt Startplatz ist KSC in Florida und die geplante Startzeit ist 16.50 Uhr MESZ Wieder ein Rekord Booster 106013 fliegt zum 13. Mal und es wäre der 100. Wiederflug eines Boosters von SpaceX insgesamt Und sollte die Landung gelingen, die 50. Booster-Landung in Folge Junge, 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 die machen Tempo Auch eine gute Uhrzeit dann der Start von dem deutschen SARA-1-Radar-Aufklärungssatellit der Bundeswehr Gebaut von OHB in Bremen hat der geplante Start mit SpaceX zuerst für einige Verwerfungen geführt Weil er nicht an Ariane gegangen ist Wie auch immer, deutscher Satellit auf einer Falcon 9, ich denke das sollten wir uns zusammen live anschauen Geplante Startzeit ist 15.50 Uhr MESZ am Samstag, den 18. Juni Wenn du meine Livestreams nicht verpassen magst, unbedingt zusätzlich zum Abo die Glocke drücken, damit YouTube dir Bescheid sagt, wenn ich live gehe Ich hoffe dir haben die Senkrechtstarter-Raumfahrt-News gefallen Bis zum nächsten Mal, immer schön senkrecht bleiben Dein Mau